hi leute ich begrüße euch hier auf erpas meerwasser zu einem neuen video hier auf meinem kanal heute geht es sich darum was ihr schon lange wissen wolltet wie funktioniert dieser futterautomaten händen womit wie habe ich ihn gemacht etc pp alles das wollen wir heute mal ein kleines bisschen näher beleuchten grundsätzlich ist es so dass ich hier am becken zwei futterautomaten einsetze das ist einmal hinten der futterautomat von der firma higer und einmal dahinten mein selbst konstruiertes der futterautomat von der firma higer hat eine doppelfunktion der hat einmal ein sehr großes futterreservoir wie man hier sieht also er ist ziemlich groß kann damit auch dementsprechend große futtermengen aufnehmen ausgeben so wie ihr das wollt hatte ich euch ja dementsprechend vorgestellt und ich kann eigentlich nur vom resümee her jetzt über diesen automaten sagen er tut was er soll nämlich das füttern was er soll bei mir ist es tatsächlich nur granulat was eine flocke ist kann ich euch nicht sagen weil ich keine flocke fütter aus dem ganz einfachen grund weil flocke grundsätzlich immer steht immer unterschiedlich groß ist unterschiedliche mengen herauskommen durchbrechen et cetera von daher gehe ich grundsätzlich nur auf granulat und kann euch zum thema flocke nicht sagen sorry ja dann haben wir ja noch die kamera die ich hier seitlich installiert habe die wir im prinzip ein live bild von meinem becken gibt sprich von der kopfseite her und die tut auch das was sie soll die brauche bringt ein sauberes bild kommt mit dem blaulicht relativ gut klar und ja was soll ich sagen lange rede kurzer sinn das ding tut was es soll fütterungsprotokoll funktioniert jetzt auch da hat der hersteller ein update reingezogen man kann also jetzt auch unter ios dementsprechend sehen was wann gefüttert wurde oder ob irgendwo eine fütterung ausgelassen wurde beziehungsweise ob der hat ja hier im fütterung schacht hat ja ein sensor wenn dann dementsprechend gefüttert wird oder eine fütterung eingeleitet wird dass dann da halt festgestellt wird da kommt was raus oder da kommt eigentlich nichts raus und dann kriegt er eine meldung finde ich definitiv eine coole sache aber bei dem großen futterreservoir was da oben drin ist wenn das mit granulat voll ist also es reicht ewig tatsächlich feuchtigkeitstechnisch habe ich auch kein problem der hängt zwar jetzt ziemlich nah über dem wasser hier und kriegt eigentlich auch feuchtigkeit nach oben aber tatsächlich mit dem futter was ich einsetze ich hier von dr basler das mix den ich einsetze das sind zwei verschiedene futter von dr basler und das cbd futter von tropik marine das habe ich als mix gemacht damit die fische im prinzip von allem etwas bekommen und tatsächlich dieser mix das funktioniert sehr gut ja aber kommen wir jetzt mal zu dem was ihr da draußen eigentlich wissen wollt nämlich da hinten diese konstruktion die ich da mehr oder weniger gemacht habe grundsätzlich haben wir immer das problem ist ja mal wir haben fische bei uns hier im becken drin die gehen an trockenfutter ohne probleme dran aber dann haben wir auch wieder so spezialisten wie hier vorne im riff mein pinzett fisch der geht zum beispiel nur noch an artimen dran oder das was er sich halt aus dem riff raus holt also sprich ja ihr wusstet ich hatte mal jede menge röhrenwürmer das thema hat sich jetzt so gut wie erledigt ich glaube irgendwo hat er noch eine stehen lassen ja glasrosen ist sowieso das thema gegessen im wahrsten sinne des wortes da hat er sich drüber gemacht und an trockenfutter geht er nicht und ich bin ja auch froh dass er tatsächlich an ersatz futter dran geht also sprich an diese artimen und das ist unter anderem halt auch der grund warum ich dieses gerät da hinten ja versucht habe zu konstruieren und zum laufen zu bringen grundsätzlich brauchen wir zwei dinge wir brauchen eine dosierpumpe der firma refactory hier die pro x1 wir brauchen einen größeren kopf also spricht der original kopf der dabei ist der muss ausgetauscht werden gegen einen größeren oder gegen den größten gegen den l kopf und ja damit sich das futter was ihr habt hält braucht ihr dann dementsprechend einen kühlschrank so jetzt kommt aber das große aber die handelsüblichen futter die am markt sind funktionieren nicht alle tatsächlich habe ich mehrere ausprobiert und die futter sind auch alle gut die werden auch von den fischen alles genommen aber reine urlaubsvertretung funktioniert tatsächlich nur mit den artemien von aqua forest oder mit meinen eigenen artemien die ich auflöse in osmose wasser wasche und dann dort dementsprechend rein packe unterschied zwischen diesen beiden futtersorten ist die haltbarkeit das futter von aqua forest ist behandelt und wenn ich es hier rein packe in den kühlschrank aufmache schlauch rein packe dann brauche ich mir keinen kopf zu machen mit meinem eigenen futter was ich im endeffekt hier auflöse wasche und dann dort reinbringe da muss ich aufpassen da habe ich in dem kühlschrank eine haltbarkeit von zwei bis vier tagen circa am vierten tag fängt schon an zu riechen und dann ist schon eigentlich zu viel also es wird dann ja wahrscheinlich zu einer nitratbombe beziehungsweise zu einem sehr hohen phosphateintrag kommen und das futter dann noch gut ist die fische fressen aber ob es wirklich gut ist das lassen wir mal dahingestellt ja der kühlschrank selber ist ein ganz normaler handelsüblicher mini kühlschrank ich habe ihn tatsächlich bei amazon gekauft für 50 euro entsprechenden link zu diesem kühlschrank findet ihr in der beschreibung unten beziehungsweise in infobox der ist aber nicht sofort einsetzbar weil ihr müsst hier auf der unterseite blende ich euch mal ein auf der vorderseite ist dann ja wie so ein plastikring dran durch diesen plastikring könnt ihr bohren nicht dahinter bitte dahinter sind die kühlaggregate verbaut und wenn ihr die durch bohrt dann könnt ihr den kühlschrank auch direkt wegwerfen es gibt varianten da ist dann dementsprechend schon eine bohrung drin die sind dann extra für kaffee vollautomaten wo man dann milch drin lagern kann ja die haben dann hier im oberen bereich haben sie ein loch da kann dann schlauch durchgegeben werden in eine milchstüte oder in einen milchbehälter rein nachteil an diesem schrank ist dann tatsächlich der preis der kostet nämlich 170 euro so die pumpe liegt bei glaube ich 150 160 euro blende ich unten nochmal ein der kopf muss ausgetauscht werden kommt ihr nicht drum rum liegt auch noch mal so bei 55 euro und dann den kühlschrank den ich da jetzt gewählt habe liegt bei 50 euro also sind wir summa summarum bei 250 euro für das ganze spiel hier circa sollte ich es mist erzählt haben blende ich den richtigen preis unten drunter ein das grundsätzlich ist es zu machen so jetzt habe ich mir hier bei diesem kühlschrank blende ich euch dann auch mal separat mit ein bin ich hingegangen und habe eine flasche genommen und habe sie verkehrt herum dort rein gebracht aus dem ganz einfachen grund ich möchte auch alles im prinzip rein bringen und nicht direkt die ganze flasche da rein stellen müssen und ich kann natürlich auch mein anderes futter nehmen die variante die flasche zu nehmen die ihr habt von aqua forest moment hole ich mal eben aus dem kühlschrank hier die liquid art themia da könnt ihr natürlich hingehen könnt das hier oben aufbohren daneben noch ein kleines luftloch machen und das ganze dann so den schlauch bis hier runter packen ich bin im prinzip gegangen habe die flasche umgedreht habe sie aufgeschnitten und den schlauch von unten rein gepackt und dann unten dementsprechend verklebt mit einem entsprechenden v ausschnitt nach unten damit das futter komplett in den schlauch rein geht fand ich in der variante besser weil ich dann dementsprechend immer gewährleistet habe auch wenn nur noch ganz wenig futter drin ist dass alles rauskommt aber tatsächlich bei der menge die ich füttere hier im moment hält diese flasche hier zweieinhalb drei wochen also das sind 250 milliliter glaube ich ja 250 milliliter sind das die kosten um die 16 17 euro im moment und drei wochen futter mit ja drei bis vier fütterungen am tag mache ich hier 15 16 17 18 uhr vier mal wird dementsprechend eine geringe menge gefüttert und vorteil an der x1 pro ist dass sich im vorfeld erstmal luft ins system bringen kann also ich kann das futter auflockern dann spare ich mir nämlich im prinzip den der den rührmechanismus um das futter wieder ich sag jetzt mal ein bisschen gängiger zu machen die pumpe geht hin und entleert sich also sprich läuft entgegen und bringt somit sauerstoff rein also wirbel das futter auf und fünf minuten später leider geht es noch fünf minuten später bei dieser pumpe kann ich hingehen und die entsprechende menge dosieren blende ich euch mal kurz mit ein wenn dann gefüttert ist nach fünf minuten haben wir im schlauch dann dementsprechend futter drin und dieses futter gehört da nicht hin soll ja gekühlt werden dafür ist ja der kühlschrank da also gehe ich fünf minuten nach dem füttern hin und entleere den schlauch wieder also sprich zack alles wieder zurück und der schlauch ist dann dementsprechend zu 99 prozent leer und das futter wird dann dementsprechend wieder im kühlschrank gelagert so noch eine kleine info zum kühlschrank das ist ein ganz normaler mini kühlschrank das ist also nichts besonderes da ist kein kompressor drin oder sonst irgendwas mit einstellbarer temperatur der kann kühlen und er kann heizen dieser kühlschrank hier geht von der temperatur her wenn mich nicht alles täuscht 22 grad unter umgebungstemperatur das heißt also wenn wir draußen 30 grad haben ziehen wir 22 grad ab dann haben wir in dem kühlschrank 8 grad haben wir es dementsprechend kühler geht er natürlich weiter runter der geht aber glaube ich nicht auch unter 0 grad das ist schon mal so als info vorab also das ist kein kein kühlschrank der jetzt richtig power hat und wo man die temperatur einstellen können sondern einfach nur es wird runter gekühlt wird es kühl gehalten bei der halterung müsst ihr euch dementsprechend schauen wie ihr das macht ich habe es im prinzip hier so gemacht dass ich die vorhandene halterung hier genommen habe und habe die einem an einer kunststoff im kunststoffwinkel den ich gebogen habe dran gemacht aus dem ganz einfachen grund ich hätte eigentlich gerne in die rückförderung gemacht aber bei mir funktioniert das nicht weil ich ja in der rückförderung zwei bypässe habe einmal durch die uv und einmal durch den wirbelwettfilter wenn ich das jetzt unten im technikbecken einbringe vor der pumpe geht es in den rücklauf ja geht aber genauso gut in die bypässe rein bringt mir nichts deshalb ist es hier oben verbaut wo es dann im endeffekt dann auch tatsächlich sofort dann eingesetzt werden kann ich blende euch der beziehungsweise ich zeige euch das mal kurz eben indem ich jetzt hingehe und erst mal eine manuelle entleerung mache so dass das futter aufgeführt aufgewirbelt wird futter manuelle zugabe empty und hier 1,5 ml die pumpe wird punkt jetzt erstmal 1,5 ml nach hinten raus und wirbelt das futter auf jetzt ist es passiert jetzt stelle ich um auf dosieren und da wird es futter angezogen und direkt reingegeben ihr seht die fische sind direkt da die kennen das geräusch es ist eine geringe menge deshalb sind die auch so schnell die so bemessen ist dass sich nach möglichkeit halt nichts großartig im becken ansammeln kann und das ist das schöne an der sache wir können hier definitiv genau die menge einstellen weil es halt auch eine sehr präzise pumpe ist die wir füttern wollen also wenn ich das ganze jetzt ein bisschen erhöhen möchte dann gebe ich einfach 0,1 0,2 ml mehr dazu das müsst ihr ausprobieren und schauen wie sich das futter dann eben im im becken verteilt so ihr seht jetzt im endeffekt der schlauch ist voll mit futter jetzt gehe ich hin entleere ihn und das futter wird dann jetzt dann dementsprechend wieder zurück gepumpt ja sie haben post der schlauch ist leer wichtig ist auch dass der schlauch nicht ins wasser hängt sondern ein stückchen drüber damit halt kein wasser mit angezogen wird und somit kein wasser in den entsprechenden behälter kommt und kontaminiert das futter dann damit kontaminiert weil dann geht die haltbarkeit sofort runter das müsst ihr auch wissen also kurz über der wasseroberfläche eingeben dann funktioniert das ja und das war im prinzip auch schon die gesamte hexerei hier ähm ich mache euch nochmal ein paar detailaufnahmen und im endeffekt ist es ein großes diy ähm die bohrungen hier von den aufnahmen die habe ich tatsächlich ein kleines bisschen aufgebohrt also sprich ein bisschen mehr ähm vergrößert das ganze um den durchfluss zu gewährleisten wie gesagt ich habe es mit mehreren futtern probiert die am markt sind ähm hat tatsächlich nur das futter von aqua forest und mein eigenes frost futter halt funktioniert und auch tatsächlich nur artemien weil müßes ist tatsächlich wieder zu groß leider selbst die müßes hier von von aqua forest habe ich ausprobiert die gehen tatsächlich nur bedingt durch und wenn ich das ganze als urlaubs futter automat einsetzen möchte dann muss ja halt auch gewährleistet sein dass dann tatsächlich das ankommt was geplant ist ansonsten zwischendurch wenn ihr das dauerhaft einsetzen wollt könnt ihr halt nur artemien füttern und dann halt nebenbei das was ihr denkt von hand ich habe jetzt tatsächlich durch den einsatz dieses futter automatens und den futter automaten von heiger habe ich entsprechende futtermenge hier herausfinden können dass mein becken halt wirklich stabil läuft dass meine werte nicht weiter steigen gerade der nitratwert werden wir zu viel füttern wird zu viel stickstoff eingebracht und das ist im prinzip die problematik die wir grundsätzlich haben wir wollen den fischen ja was gutes tun aber im endeffekt müssen wir auch schauen dass die tiere die wir einsetzen die haben ja eine aufgabe hier im becken ja meine doktoren und mein fuchs ähm entsprechend lipfisch etc die haben alle ihre aufträge hier und wenn die zu sehr zu gefüttert werden zu viel futter bekommen dann denken die sich auch warum soll ich was anderes fressen wenn ich doch sowieso was bekomme und von daher kann man mit diesen ich sag mal fertigen futter automaten die mengen immer genau dosieren um zu gewährleisten dass die fische dann auch dementsprechend den rest vom tag das tun was sie sollen das war mein plan dahinter zu dem bin ich ein fauler mensch ihr wisst und ja ich hoffe ich konnte euch das ganze ein kleines bisschen näher bringen entsprechende links zu den produkten sind unten in der in der infobox drin und ja vielen lieben dank fürs zuschauen ich hoffe ich konnte euch helfen bis zum nächsten mal euer viper ciao